weiß ich nicht vermute einfach ist es vielleicht relativ schwer aber das mit dem waffen da muss ich mich mal ein bisschen der controller schon wieder aus mich da mal ein bisschen darauf konzentrieren ich muss mich nämlich jetzt gerade zwischen handy laden wenn die gleich ausgeht weil hier habe ich immer den chat und controller entscheiden naja aber so oder so wir wollten jetzt gleich ausmachen deshalb muss das denn jetzt noch ganz kurz durchhalten und ich schaue jetzt doch mal kurz nach einer waffe ja oder ich muss das nächste mal machen das ist so eine command hier könnte ich plesi of aber gibt es ein plesi of er könnten wir nämlich jetzt hier den plesi of er sieht halt geil aus der legianer die legianer die legianer du sagst sieht schon aus oder schmussen legianer farm wisst ihr was ich glaube wir machen das dann nächstes mal wir tun die legianer farm bis dahin habe ich wieder vergessen oha ein ganz körper anzug und dann machen wir uns nämlich mal den neuen bogen und den das neue jagd horn vom legianer und kümmern uns nächstes mal einfach mal ein bisschen neben quest werden die story auch ganz gut bis jetzt vorangetrieben wie ich finde das lief heute ganz gut und in dem fall ich spiele die stories weil die anderen mir leider viel zu unübersichtlich sind ich habe eine starke sehbehinderung und kann nur auf den rechten auge sehen mit brille ca 16 prozent und mit der unteren luken teil ca 40 prozent oh das tut leid das ist schade aber schön dass du an uns das stories freude gefunden hast wir sind ist ich rede von mir den wester noch nicht kennenlernen wenn du möchtest kannst du ja dann öfters kommt sind größte monster hunter fans und wir lieben monster world und ich jetzt speziell monster und der story spiel ich finde es ist ein großartiges spiel ist wirklich gut spiel warst du auch so ein pokémon mensch dann weil es ist ja oft so dass man sagt monster hunter ist so eine mischung aus pokémon und so final fantasy 10 attack kam system genau aber wir wollen ich wollte eigentlich jetzt schluss machen ich hoffe du kommst noch mal vorbei dann können wir gerne noch mal ein bisschen quatschen würde mich sehr sehr freuen wir legen uns jetzt ins bettchen ich bedanke mich nämlich auch an alle die da waren und noch sind du hast du nicht mehr rater geil yvonne das freut mich dass du auch ein pokémon fan bist und das auch also monster stories haben willst das ist cool das ist wirklich cool und ach so wir müssen ja reden oder wir können ja reden ich weiß gar nicht wie das geht leute aber war es einfach nur jetzt ist regine schon weg verdammt nein im chat einfach im chat halt das eingeben dieses slash und ein raid und den namen ohne eskar oder auf jeden fall voll cool über ich bin ich bin dann auf jeden fall gespannt was sein lieblings pokémon ist und wir machen aber leider für heute schluss also das ist auch nach null das passt schon danke eskar oder dass du da warst und dass du mir so eine hilfe war ich liebe trainquest bilders im wohnen du hast geburtstag okay dann ein moment happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday lieber robert happy birthday to you alles gute zum geburtstag robert hübsch wie alt bist du geworden wo was robert freut mich gestern hatte gestern ich hab ja heute schon zwei mal gesungen quasi bzw im stream Also einmal sozusagen nach 0 Uhr und einmal vor 0 Uhr. Nice. Okay, sehr schön. Dann genieß deinen Geburtstag. Lass dich fleißig beschenken. Feiere. Ich bedanke mich an alle, die da waren. Vielen, vielen Dank. Yvonne, es war schön, dich leider jetzt sehr kurz kennenzulernen. Wie schon gesagt, ich hoffe, wir können das nachholen. Du kommst mal wieder. Dann können wir uns gerne unterhalten. Und ausgiebig mal über Pokémon Train Quest und hier Monster Hunter reden. Aber ich werde jetzt den Six Axes raiden. Das ist ein amerikanischer Streamer oder auf jeden Fall englischer Streamer. Amerikanisch weiß ich nicht. Englischer. Also er spricht Englisch und er spielt gerade Monster Hunter World. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Gute Nacht. Nochmal vielen Dank an der, äh, dich, an dir. Vielen Dank, Alice Caroda. Ach ja, übrigens, ihr könnt auch gerne vorbeischauen. Der ist ein Challenge Runner. Einen Moment. Spielt auch viel Monster Hunter. Und ist ein total cooler Typ. Schaut da gerne mal vorbei. Und vielen, vielen Dank für alles, Leute. Ich war mein erster, komplett eigener Stream. Ne, ne, ne. Danke schön. Macht der, muss ich jetzt, macht der das automatisch oder klicke ich jetzt 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 reden an? Ich klicke jetzt leden an. Auch wenn es Stream beenden. Okay, also danke für alles, Leute. Wow. Bis dann. Tschü-dü-dü! Tschü-dü!